In einer Welt vor der Natur, Zivilisation und einer Sparkasse gibt es einen Mann, der jetzt Geld ausfahren wird. Ach, fahr los, Alter. Moment, und bitte noch einmal mit Zoom. Wow. Und der war wunderbar. Nein. Ja, ja, mach das. Nee, nee, wir sind es. Hey, wir sind es. Einmach, ich noch hier, nicht jetzt. Interview! Oh, der war ja fast noch da. Hallo? Jo, jo. Hi. Du bist nicht zu mir. Dein Schuh ist bereit. Jo, jo. Hallo. Geht ab? Jo, nix. Wie geht's Ihnen? Gut, und dir? Ja, auch. Also, mein Name ist Kabeljau. Ja. Und, wie heißen Sie denn? Ich heiße Patrick. Ach so, ja, guten Tag, Patrick. Patrick Salatsoße, wenn Sie es genauso wissen wollen. Herr Salatsoße? Ja. Meine Damen und Herren, und Vanessa, das ist Patrick Salatsoße. Hallo? Und, wir stellen uns einfach Fragen. Ja, okay. Mit Applaus. Okay, also, wie alt sind Sie denn? 78. Äh, nein, Entschuldigung, 38 meinte ich. Ah, ja, okay. Und, ähm, wie sagt man, fahren Sie? Seit 15 Jahren. Cool. Hat man echt gesehen, also, ähm, wo haben Sie angefangen? Ähm, gestern, gestern, gestern habe ich angefangen. Und, was war vor 15 Jahren? Habe ich auch angefangen, nur, da kam das so ein kleines Kind und habe mich aufs Maul gelegt, dass ich im Skate ist nicht mehr. Ich habe so eine Fahne gefahren. Und gestern habe ich das mal probiert, habe mich so richtig fett aufs Maul gelegt und dann konnte ich alle Tricks, alle Tricks konnte ich dann. So, ja, das ist cool. Ja, bin ich auch. Und, äh, Ihr Board, wie viel hat das gekostet? 3000. Und woher haben Sie es? Was? Achso, ja, okay. Moment. Jo, ich lasse mal drüber, hab's mir gemacht. Jo, Entschuldigung. Ja, und, ähm, haben Sie Geschwister? Mhm. Wie viele? Drei. Ich habe Schwestern und einen Bruder. Achso. Der Bruder ist der Größte. Ah, und die Schwestern? Die Zwillinge. Achso. Ähm, ja, okay, und, ähm, wie alt sind Sie? Haben Sie mich gerade hochgefragt, die Penner, ach, die Reichen. Achso, ja, Entschuldigung. Ähm, und, wie geht's der Natur? Jo, soll ich schon ein paar Tricks reichen? Nein. Okay, Jo, ich lasse mal. Nein! Nein! Ich lasse mal ein paar Tricks, Jo. Ich lasse mal ein paar Tricks, Jo. Nein. Nein. Mah Euilt Herr dich. Was? Was ärgst du? Mah euilt Dich. Wollt sie gut hoch. ahaha, echt so klauen Mah juilt." Mah euilt giveacji GLASS Und sie konnten echt auf einmal alle Tricks, ne? Ja. So, auf einmal konnten sie alle Tricks? Jo, ich zeig jetzt mal mein Fenster. Wow! Jetzt zeig ich ihnen noch den anderen Punkt. Wir hören, dass du läst. Glaubst du dich jetzt? Jetzt zeig ich mir auch fach! Fach! Oh! Oh! Okay. Das ist hübsch. Das ist noch hübscher. Ja. Der Weg ist gut. Oh! Alter! Mach noch mal weiter! Mach mal stopp! Okay. Tschüss!